Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband Ja... Ich habe jetzt einiges erforscht über Frebs und es ist wirklich, dass Frebs manchmal extrem schlecht ist, dass ich manchmal sehr wenig FPS habe nur wegen Frebs Es ist immer Frebs, ich habe mehrere Programme immer wieder abgeschaltet, eingeschaltet und ja gemacht und es ist wirklich immer bei Frebs so und das Mountain Blade Warband manchmal nicht startet, liegt auch an Frebs wenn Frebs an ist beim Start und das habe ich diesmal ausgemacht und jetzt plötzlich geht es wieder, ich kann das Game wieder starten, ohne dass es abstürzt, jetzt habe ich Frebs zwar immer noch an und nicht X-Split aber es liegt daran, dass X-Split irgendwie auch schlecht ist und nur Bugs hat und Fehler, ich weiß nicht was die Entwickler da zusammen gemacht haben, gebaut haben aber es ist einfach nur Kacke und als Let's Player fühlt man sich extrem verarscht, wenn Aufnahmegeräte einfach nicht richtig funktionieren Ja, ich hoffe es geht wenigstens ein bisschen ich kann ein bisschen lagfrei aufnehmen und so ich habe einfach in der Zwischenzeit ein bisschen ein paar Sachen ausprobiert mit diesen zwei Saves hier und werde die jetzt hier einsetzen eines ist zum Beispiel, dass wir hier ein Turnier mitmachen das Turnier findet jetzt in Reva-Din statt und danach eine Frau aussuchen die wir dann ähm uns schnappen ok ok, dann beginnen wir mal mit dem Turnier ich hoffe wir gewinnen es dazu einfach immer wetten auf euch den meisten was ihr nehmen könnt, also 100 kämpft in der nächsten Runde und dann ja können wir hier mal ein bisschen betteln ihr müsst verstehen, dass ihr keine gute Errüstung habt und kein guter Schmerz also seid ein bisschen vorsichtig und vor allem nicht wie ich jetzt hier mehrere Feinde auf euch hetzen aber dann die erste Runde ist eigentlich relativ leicht weil die guten noch bei euch sind so dann die zweite Runde auch wieder wetten und jetzt den ich hab das Headset nach oben gemacht jetzt hoffentlich ist das ähm das Pfeifen und das Rauschen weg und das Rocken aber nicht das Rocken liegt nicht am Headset ähm so oh fang nicht schon wieder an das ist so schreck oh Gott sind zwei Starke hier eines Gradus nein, eines Tranton so kann ich nicht kämpfen ah so kann ich nicht kämpfen Frebs ich kill dich eine ist down Ruckelpartie Frebs macht mir eine Ruckelpartie ich kann so nicht aufnehmen vor allem nicht spielen vor allem nicht spielen boah es war der starke Dranton das war der starke ok shit komm bitte Frebs hör auf mit dem Scheiss ah zum Glück haben wir nie Lanzen und wie soll man eine Hand ich brauch doch zwei Hand ich bin doch viel stärker mit zwei Hand ah greift sie doch an damit sie auf euch gehen so kann ich hier so zwei Hand Waffen ist viel stärker um einiges stärker immer zwei Hand Waffen nehmen ah ich kann so nicht kämpfen ah wir haben gewonnen hey was ist jetzt wieder plötzlich los ach Moment kurz nein ich kann jetzt nicht auf den desktop zurück weil beim auf den desktop zurück gehen also nur alt tab drücken und so kann ich nicht ohne dass es abstürzt machen da muss ich jetzt hier weitermachen ich habe nur 6 FPS momentan das ist scheiße ok jetzt habe ich 60 FPS nächste Runde oh zwei Hand cool der Reiter geht jetzt nicht komm sei stärker dreh dich um boah das war ein mega Ruckler und keiner hat er besiegt momentan ist schlimm ich mache den Gegner so er ist besiegt jetzt hoffentlich hey es wird irgendwie schwerer ich bin auf Rang 5 hä ich habe alles gewonnen wieso bin ich nur auf Rang 5 komisch ja jetzt hä jetzt shit und er hat nicht zwei Handwaffen nein wie unfair ist denn das wie unfair ist denn das schaut doch mal das an wir haben schon mehr Treffer wir umkreisen ihn ich darf das Pferd nicht treffen oh oh gut komm schon oh scheiße jetzt 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 immer so dass er an der Wand stecken bleibt genau ach komm schon immer nur Schaden vier Schaden vier Schaden wie unfair ist der Kopf denn schaut wie schwach das ist extrem langsam und dann noch so wenig Damage das ist so unfair mit einer Lanze was hätte ich denn fast gehabt jetzt drei Schaden weh jetzt habe ich wieder eine Lanze und Frebs ist momentan gerade anständig wenn ich sage geht es wieder schlecht komm schon ich stecke ihm mit dem Gegner fest ach seht ihr das macht viel mehr Damage als normaler Schwer ich finde Axt schon am besten so Dranton der hat der war 2. Platz ok und wir haben 4.000 Gold 4.200 Gold bekommen richtig genial so also wie gesagt die ist besetzt sie hat ein Scheißkleid an naja das ist jetzt schöner vor allem auch besser als Skiwahn ihr müsst Trager Basis sein uns wurde gerade die Ehre zu Teil eurer heldenhaften Taten im Turnier nicht beizuwohnen ja weiter ich meine Fürstin ich möchte euch meine Erfolge des kürzlichen Turniers widmen nun ich danke euch das ist höchst fremdlich von euch nur 4 plus gehts nur meine Fürstin ich möchte mich euch als euren glühendsten verehrter zu erkennen gehen oh mein die das ist wirklich solch eine Nettigkeit es würde mir sehr gefallen wenn wir einander öfter sehen können cool also zahlen wir plus 8 eure Familie euer Bruder Boya Bracha es wird behauptet Boya Bracha sein eine berichtende Person erwidert Widersacher in Boya Meriga Boya abgesehen davon dass seine Liebe Dame Skihawan geht ok ist gut dass sie nicht ähm dass ich sie die andere nicht genommen habe er scheint einladen gegenüber König Jarelec zu sein ist momentan ist Boya Bracha bei Kurau ok dann gehen wir mal nach Kurau und sagen dem ah wir können sie schon besuchen das ist die Valka die nehmen wir nicht Marktplatz Warenhändler ja da haben wir immer noch so teure Brot ah eigentlich 49 naja wir brauchen kein Brot momentan Später wenn ihr dann über 80 habt also 80 Salaten dann ist die Brotdinge extrem aber so noch es ist doch zum kotzen es ist zum kotzen heute ist Frebs wirklich scheiss ah ja ich muss ich muss ach guck das ist nicht normal wie das lag ich habe so das Gefühl Frebs mag meinen PC immer weniger Dame ficken ähm Dame besuchen so also dann sehen wir uns gleich wieder ich muss irgendwie Frebs neu gestalten und solche Sachen bis gleich so ich habe jetzt Frebs neu gestartet dann ist das Spiel natürlich abgestürzt ich musste natürlich nochmals das Spiel neu starten dann ist es wieder abgestürzt dann habe ich Frebs ausgemacht dann habe ich ähm im Hauptmenü Frebs wieder gestartet dann ging alles dann ist es nicht abgestürzt und bevor ich das Spiel starte wollte ähm hat Steam gedacht das Spiel wäre immer noch an muss ich ein paar mal neu starten ja dann geht doch weg ähm ja checkt der Steam natürlich nicht dass das Spiel schon lange abgestürzt ist und so also irgendwie hat alles nur scheiß Bugs und so okay das neue Marschall ist Boyan oder der okay dann machen wir Schenke ah jetzt geht es wenigstens ein bisschen besser K-Tree dann kann man mit haben wir wieder eine neue hier haben wir noch Bücher die wir nicht brauchen irgendwie die Handel äh die da ist jetzt mal Sumpt wow das erste Mal dass ich Sumpt habe K-Tree 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 Vielen Dank.